Ja, ja, schicke, schicke Bilder. Ja, willkommen zurück. Diesen Titel werde ich jetzt nicht mehr so aussprechen, weil ich habe, man befürchte, dass ich den falsch ausspreche, zu Hanajun Legacy. So, willkommen dazu. Nein, weiter geht's, jetzt los. Ich weiß nicht, ob wir den Britten geringen ohne die Hilfe von Hrothgar verletzten. Jetzt sind unsere Weg zu verletzten, und der Königin von Northumbria hat sich weiterentwickelt, um seine Kampf gegen Ithald's army zu verletzten. Wie für uns, wir können nach Lindisfarne gehen. Es war nur ein Obstacle auf unserer Weg. Eine starken Brücke zu den Islanden, wo die Monasterie situiert wurde. Um es zu verletzten, brauchten wir noch weitere Manpower. Während Jarl Ulf angefangen hat, unsere Truppen zu vorbereiten, haben die Skouts auf den Viking-Schips gezogen, die die Flüge auf der Flüge verletzten. Zum Beispiel, aber, haben sie eine Distanz gehalten, und es gab keinen Weg, um sie zu kontaktieren. Aha, das Erzinnern ist irgendeine gut bewachte Brücke. Brüder, die Glorie ist vor. Diese Brücke ist unsere letzte Obstacle auf der Weg zu Lindisfarne. Kein Fall, da ist ein Flüge der Flüge verletzten uns. Wir müssen uns vorbereiten für diese Krieg. Glücklich für uns, da sind zwei Vierge neben uns. Alles klar, hab verstanden. Erweitere eure Nation. Um mein beliebtes Gebäude, eure Nation zu errichten, wählt euer Rathaus aus. Dann klickt auf den Gebäudereiter und wählt anschließend ein Gebäude aus. Ah, jetzt geht's im Basebau. Dann hätten wir hier ein Rathaus und eine Kaserne. Was würden sie da hin umbauen? Ah, das Spiel entwickelt sich immer mehr als zu Favoriten von mir. Also das ist wirklich ein Spiel, was seit vielen, vielen Jahren mich wirklich überzeugt wieder. Man muss die Epoche mögen, ne? Aber ich liebe sie. Oh, das ist ein Spreerräuber. Okay, bla bla bla. So, haben wir hier noch ein Zelt, haben wir. Wie viel ist das da? Zelt erhöhen die Bevölkerungslimit. So, die wir von Einheiten ermöglicht. Wieder ein Dorf Feuer zu löschen und Brände zu retten. Ein Brändegebäude zu retten. Ja, was kostet das? 30 Holz. Zack, bauen wir. Was kostet das hier? Bauen wir einfach. Komm, bauen wir noch eins. Wir haben eine kleine Armee. Gucken wir mal, hier kommen wir gar nicht durch. Wir müssen also... Bisschen noch was. Bessere Verteidigung. Alarm. Aber wo könnten sie denn angreifen? Hier ist aber alles... Alles dicht. Von hier können sie bis kommen. Schützturm. Nein, Schützenturm. Jetzt kriege ich gerade einen Anruf. So ein Mist aber auch. Ich mache mal ganz kurz einen Cut hier. Ach ja, liebe Leute. Das ist natürlich jetzt eine doofe Situation. Meine Stieftochter hat mich gerade angerufen. Ich muss sie von woanders abholen, weil... Ja... Mit ihren richtigen Fallen hat sie da gerade ein Problem. Ich muss da jetzt mal hin. Muss das mal klären. Hole sie da raus. Tut mir leid für den Cut, aber das geht einfach mal vor. Und ich bin ja gleich wieder da. Was für euch eine Sekunde ist, ist für mich halt keine Ahnung, eine Stunde. Denn bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Das ist jetzt 23.18 Uhr. Die ganze Aktion hat fast zwei Stunden gedauert. Fazit ist... Meine Schieftochter ist jetzt mal bei mir. Ihr Vater ist ein Arschloch. Ja, Punkt. Ihr kennt mich, so bin ich. Ich sage das, weil ich denke. Und besser, dass er mir nicht unter den Augen getreten ist. So, weil er geht da, ne? Wir wollen jetzt spielen. Eigentlich. Boah, es ist laut. Mal kurz mal so unterstellen. So, oh, oh, so. Ähm. Wo haben wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Wir wollen jetzt, äh... Den Pass sicher machen. Wollten dann unten bei dem Dorf hier... Bessere Verteidigung. Ganz sicher. Ups. Ich komme von Dorfbewohnern, die für die Verteidigung der Siedlung verantwortlich ist. Das klingt... Interessant. Wer hat denn kosten das überhaupt? 50 Holz. Scheißraum. Da läuft hier so eine Gruppe rum. Mit Missgabeln, ne? Määä. Beschützer freischalten. Oh. Wo sind wir denn? Ich sehe keine. Hallo. Was? Jetzt haben wir hier. Noch ein Zelt. Kaserne haben wir auch schon. Technologiestufe 2. Alter. Was gibt es denn hier, Alter? Erfahrung der Sperräuber. Gesundheit von Sperräubern erhöht. Schaltet die mächtige Fälligkeit Raserei für Berserker frei. Mää. Schaden der Schildträger erhöht. Gesundheit von Heilung, Angriff und Schaden von Speerern erhöht. Feuerrat und Angriffskraft von Geschossen von nordischen Bonschützen erhöht. Erhöhtes Einkommen durch Technologie. Blabla. Wir brauchen Eisen. Mää. Pferde dritten. Mää. Nehmen wir mal den erstmal. Dann bauen wir noch ein Zelt. Aber wo ist denn diese Verteidigungs... Ne, die nicht. Die Dorfbewohner-Klicke hier, die hier rumläuft. Schreide drauf. So. Wollen wir Pferde auch haben? Ach komm, wir wollen jetzt auch mal Pferde haben. Ne, wo war das? Da war das. Let's go. Haben wir gar nicht gehabt. Guck mal, wie das raus schaut. Na los. Zack, zack. Oi. Zitter, zwei. Naja. So, auf geht dat. Jetzt wollen wir erstmal hier das kleine Dörfchen hier plündern. Obwohl. Was meine Aufgabe ist, das fände ich die Lage zerstören. Das hier. Wir wollen die Eisenminen haben. Oh, ach, Achtung. Schwein gehabt, gerade noch so abgewehrt, den Angriff. So, die sind weg. Was ist das, Rüstung? Warte mal, warte mal. Ist das Rüstung? Ja. Oh. Ah, oh. Pfeile. Pfeile. Da sind's bohenschützen. Ach. Attacke. Ich versuche mal mehr von diesen Nahkampfaufnahmen für euch da klarzumachen. Das ist aber halt Spieger, ne? Also man kann ja nicht wirklich, äh, hat nicht wirklich einen guten Überblick. Ist hier hinten da irgendwo was versteckt vielleicht? Move, move. Hm. Da kommen wir nicht wirklich weiter. Du hast ein Fischerdörfchen. Warte, wartet uns hier. Irgendwie gar nichts. Achso, wir können dann da. Ah, okay. Also hat's uns nix gebracht. Naja, gut. Wir haben die Ausgerotteten, haben ein paar Rüstungen gefunden. Na, wo bleiben sie denn? Da folgen wir die eigentlich auch, wenn wir... Ah ja, ist eine Sache. Sieht auch cool aus. Na gut, dann nehmen wir halt erstmal das Dörfchen hier ein. Zeit, wo wir dorthin herbrennen, werde ich einen Schock trinken. So, meins. Da haben wir Eisen. Da haben wir Nahrung. Ähm. Werden wir das hier mal ein bisschen aufrüsten? Was war doch immer der passiert? Hat sich dann hier groß ändert? Äh. Irgendwie gar nichts. Achso, das sind die Dorfbewohner. Ja, alles klar. So, alle aufrüsten. Überall hin. So ein schön produzieren für uns. Ähm. Jetzt mal ausruhen hier. Oh! Da haben sie uns überfallen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wo kam die denn? Kein Plan. Hier haben wir einen Verletzten, den wir hochholen müssen. Bei den Ausrüstung 2. Ich würde ganz gerne noch eine Gruppe rekrutieren. Wir müssen noch ein Zelt aufbauen. Oder machen wir 3. Oder 4. Oder 5. Scouts nehmen wir mit runter. Feierliche Truppen entdeckt. Wo denn? Oh, ihr Schweine. Äh... Ach da! Mist, Dreck! Ja, gut haben sie auch die Chance. Ja, gut. Das war schon... Was ist das da oben? Der blaue Kreis. Marodeure in der Nähe töten. Mhm. So, jetzt will ich erstmal hier... Ich hab da gerade was gesehen. Technologie 2. Erhöhe das schon. Bla, 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 bla. Was sind 50? Wir haben ja 10 Einnahmen von Eisen. Also da tut uns das ja nicht wirklich weh. Ihr ruht euch jetzt wieder aus. Hier geht's hier rüber. Hier kann man was einnehmen. Da, 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 da. Hier geht's dann so rum. Das wollen wir einnehmen. Das wollen wir einnehmen. Also wir müssen erstmal die komplette linke Seite der Insel oder der Karte erobern, bevor wir da hingehen. Und dann wird's bestimmt dann da so weitergehen, ne? Also, ich denk mal, das wären mehrere Folgen. Da sind wir bei 12 Minuten. Ja, bisschen was können wir noch machen in der Folge. Ah, Berserker. Jawoll. Nehmig. Oh, Schützen. Nehmig, 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 nehmig. Schalt die mächtige Fähigkeiten der Radraserei frei. Ah, es wird an Holz. Okay. Ja, wen lassen wir denn hier? Lassen wir... Gottrick hier? Wo kommst du mit? Du kommst mit. Du kommst mit. Meine Einheiten? Oh. Kommt ihr mit? Ja, dann lass ich noch ein paar Berserker hier. Und... Ah, da. Ah, alles klar. Da bewegen sie sich dann hin. Sehr schön. Warte... So. Halt! Da fehlt noch. Ihr, vor Ort noch... Oh. Oha, oha. Ah ja, gut. Er ist ja hier. Negatives Einkommen? Ah, es. Wie negatives Einkommen hier. brauchen wir noch schützen so sehr sehr die reiter bleiben wegmarken das langen bogen neulische bogen schützen bloß ich weiß nicht ob die auch so weit schießen können wir die langen bogen schützen von den briten werden wir sehen marodeure das waren doch hier so brandschatzer oder sowas das zweitaktivieren so wir werden in denen ihre schussreichweite kommt krieger gefallen ganz schlecht noch einer noch einer noch einer oder so schlecht rückzug 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 so wie es geahnt habe langen bogen schützen sind es nicht also wenn sie nicht so weit schießen scheibenkleister nordische rüstung war das ja jetzt erholt sich das ding wieder ja da müssen wir ja reinstümmen obwohl wir nicht so attacke ja da ja 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 Oh, I wish this. Stopp! Stopp! Dorf ist eingenommen. Ah, wer ist denn jetzt da? Level up. Oh, was war das? Keine Ahnung. Kurz geruckelt hier wie Sau. Ah, Speermänner. Von Schildkeit auf jeden Fall. Oh, was ist denn alle aufrüsten? Ah, 60 kostet das. Die Burschen. Ja, machen wir auch. Husten. So, da ist Eisen, ne? Du hast jetzt gleich diese... ...Marodeure. Das war hier alles rein. So, bei der Hebrä. Suchen wir sie mal. Woher seid ihr? Woher seid ihr? Nee, ich sehe da keiner. Wenn's die vielleicht doch gewählt... Ah, da! Attacke! Ah, nein, 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 nein! So. Dann können wir die auch rausschicken wieder. Zum Holzsacken hier. Move. Auf. Ah, das ist hier. Oh, scheiße. Flüchten. Ich fall mir jetzt in diese Flanke rein. Da kommen noch mehr. Oha, oha. Äh, auf. Ah, Alter. Der sieht doch ganz gut aus. Das war ein bisschen tot. Moral ist am Arsch. Tod. Verletzt. Schwerverletzt. Tod. Auch erledigt. Auch erledigt. So. Das war's. Hier. Alles heilen. Äh, wo ist... Wo ist das? So. Nahrung. Jetzt haben wir alles schon gebaut. Ah, Technologie. Äh, erhöhen. Ja, oh. Wahrscheinlich möchte ich die fällige Trase bei. Ist erst mal interessant. Pff. Ah, ja. Odins Kult. Das müsste eigentlich Odins Kult heißen. Aber es gibt ja eh genug Leute, die mich immer Odin nennen. Ich sag Odin. Odin. So. Die kriegen gute Rüstung erst mal. Oh. Oh. Noch fette Rüstung. Oh. Schreie bin ich so rum. Ah. Oh. 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 Aber, ne. 23 Minuten. Hm. Oh, da war noch was zum holen. Mist. Halt, stopp. Hier. Die Pferde. Wie schnell. Hopp, hopp. Reit, reit. So. Auch noch aufrüsten. Da wollen wir, ne, das wollen wir nicht. Das merkt noch ein bisschen an Metall. Na, Scouts sind so wirklich gut, ne. Schnell und alles. Eisen erhalten. Ich muss gleich wieder nächste Rüstung uns leisten. Für... Für... Boah, warum haben die so einen komischen Kreis da? Achso, die haben schon ihre Rüstung komplett. Ah, ich verstehe. Ähm, dann nehmen wir... So, den noch. Und... Den noch. Den haben die alle. Super Rüstung. Let's go there! Tja. So, Zeit. 24 Minuten. Ich denke mal, für die Folge reicht's. Haha, so ein Pech. Jetzt müssen wir noch warten. Das ist ein großer Angriff. Aber ich denke mal, das wird, äh, danach hier noch nicht fertig sein. Das wird dann noch weitergehen. Daher wird das sonst zu lang. Das ist bestimmt wieder eine Stunde, denn... Und, äh, ist, ja... Das ist dann schade, weil ihr dann, äh, denke ich mal, auf viele Skripten bloß durch. Dann verpasst du vielleicht die coolen Szenen. Daher sag ich jetzt einfach mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.